So, hoi und hallo mal wieder. Heute öffnen wir wieder ein paar Turtles-Tüten oder Booster, um zu schauen, was da drin stecken kann. Ich habe die Begabung, dass immer die Glitzerbüllchen zuerst kommen. Der sieht auch mal gut aus, der sieht mal ganz gut aus. Ich glaube, der war doppelt. Hier eine Mannschaft. So, einige Doppelte dabei, wie ich schon gesehen habe. So, kommen wir nun zum fünften und letzten Booster wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder zeigen, was da drin stecken kann. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. So. Vielen Dank.